Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Trashies, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, ich bin Daddy und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem letzten, voraussichtlich letzten Promi Big Brother Video, Video Nummer 43, mein großes Fazit meiner Ansage an Promi Big Brother. Heute in diesem Video habe ich natürlich einmal ein kleines Jeles Spezial vorbereitet, aber auch meine große Contra und Pro Liste, die ich für euch rausgearbeitet habe, um hier nochmal eine finale Einschätzung über Promi Big Brother 2023 euch zu geben, meine Lieben. Es war wirklich eine wilde Zeit und wenn ihr alle 43 Videos gesehen habt, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr die ganze Zeit mit dabei wart. Meine Meinung, als Meinungsblogger vielleicht gar nicht mal so überraschend, sehr wenig Bilder, sehr wenig Video Ausschnitte, ich habe das ja oft genug erklärt, dass ich dafür nicht freigeschaltet bin und dass ich quasi auch persönlich sehr viel mehr Wert auf Meinungen lege, als auf TV Ausschnitte, die man selbst ja eh irgendwie schon gesehen hat. Ich denke mal, das war vielleicht für den einen oder anderen langweilig, für den einen oder anderen aber auch ein Mehrwert, wenn sich jemand dadurch gestört geführt hat, tut es mir leid. Dennoch sage ich ganz herzlich Dankeschön an alle, die natürlich der Promi Big Brother Berichterstattung gefolgt sind. Hier geht es und das vorweg natürlich auch morgen ganz normal mit drei Videos weiter mit den Trash Highlights auch aus anderen Bereichen. Das heißt, es geht hier alles heiter weiter und wenn du jetzt sagst, Mensch Denny, ich möchte nichts mehr verpassen, fand deine Berichterstattung gut, würde ich herzlich eingeladen, diesem kleinen YouTube-Kanal dich anzuschließen. Wir sind eine mittelgroße Trash-Familie und wollen gemeinsam nach den Sternen greifen, aber nicht nach den Trash-Sternen, meine Lieben. Gut, geht's los. Ich würde sagen, wir fangen sofort mit Jeles an, bevor wir mit meiner Ansage beginnen, einfach nochmal ihr auch von mir aus hier herzlichen Glückwunsch. So viel Zeit muss sein und wir gucken mal in ihre Interviewsituation rein und danach mal in ihre Vita. Feuer frei. Meine Zeit bei Promi Big Brother war das größte Abenteuer meines Lebens und ich bin an meine Grenzen gekommen. Ich habe sie alle überstanden und bin so stolz auf mich, dass ich alles geschafft habe. Kein warmes Wasser, nur Haferflocken, kein Schlaf, so viele fremde Menschen und ich bin trotzdem immer meinen Weg gegangen und ich bin sehr, sehr stolz auf mich. Ich realisiere das absolut noch gar nicht, dass ich gewonnen habe. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Ich muss das, glaube ich, erst mal verarbeiten, weil ich habe das erste Mal in meinem Leben etwas gewonnen und es ist eines der schönsten Gefühle. Ich möchte sofort zu meiner Tochter. Sie hat jetzt über zwei Wochen ohne mich, ja, war über zwei Wochen ohne mich und ich freue mich sehr auf sie und freue mich auch auf mein Leben zu Hause und ja, auf meine Tochter freue ich mich sehr. Ihr seid unglaublich. Ich weiß nicht, wie oft ihr angerufen habt, wie viel SMS ihr geschrieben habt, aber ich hatte wirklich so, so starke Leute neben mir und bis ich am Ende gewonnen habe, zeigt mir, dass ihr wirklich nicht aufgehört habt, um den Tasten zu drücken und dafür danke ich euch von ganzem Herzen. Ihr werdet das Doppelte zurückbekommen. Große Worte, große Versprechen. Inwieweit sie den Zuschauern das Doppelte zurückgeben kann, kann ich natürlich nicht beurteilen und ich glaube auch für Jilles war die schwierigste Challenge, solange von ihrer Tochter getrennt zu sein. Da bin ich mir ganz sicher, dass das aufrichtige Worte waren. Alles andere, alle Spekulationen rund um den Sieg, ob das geschummelt war, ob das abgesprochen war, meine Lieben, ihr wisst es, Verschwörungstheorien kann man gerne immer im Kopf haben, aber es bringt nichts, sich da die Finger wund zu tippen und sich gegebenenfalls auch mit der Community hier irgendwie zu streiten. Wir waren alle nicht dabei. Wir können nur das beurteilen, was wir gesehen haben. Jo, sie hat den Jenga-Turm ein bisschen mehr festgehalten. Jo, sie hat die Dosen hinten angeschoben, aber es sind ja nicht die Zuschauer, sondern auch Promi Big Brother selbst, die darauf ein Auge haben und ich kann mir nicht vorstellen, dass das niemand gesehen hat. Entsprechend wird das gesehen worden sein und dann entscheidet immer noch der Gastgeber, also der Showproduzierer, was erlaubt war und was nicht erlaubt war. Aber ich verstehe die Enttäuschung natürlich bei zum Beispiel Marco-Fans, dass wenn man für Marco sehr viel Geld ausgegeben hat, für ihn angerufen hat und dann aber plötzlich Jilis gewinnt, das verstehe ich, dass das erstmal frustrierend ist, gar keine Frage, aber wir können es einfach nicht ändern. Deswegen hier meine Bitte, bleibt höflich und freundlich in den Kommentaren. Gucken wir noch kurz in die Vita von Jilis rein. Die Vita ist auch nicht so voll. Jilis 93 geboren, 2018 Jilis taucht ein in die Welt des Reality-TVs, dann 2020 Beziehung mit Jimmy Blue Ochsenknecht, 2021 Geburt ihrer Tochter, 22 Jilis im Playboy und das war es dann schon an ihrer Vita. Das ist so das, was man über sie jetzt quasi hier zusammengefasst hat. Ansonsten, ja, kann ich euch noch sagen, dass sie vom Sternzeichen Skorpion ist, ja. Ja, ich bin da, wie gesagt, relativ entspannt. Jilis hat gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Mehr brauche ich aber auch dazu dann nicht mehr sagen, meine Lieben. Reden wir jetzt aber, reden wir jetzt aber mal über Promi Big Brother selbst, denn ich habe euch ganz klar gesagt, ich werde mich dazu nochmal äußern, wie ich die Sendung fand, wie die Sendung auf mich gewirkt hat. Ich habe mir eine Pro- und Kontraliste aufgeschrieben in einer gepflegten Feedback-Kultur. Fängt man immer mit den Pros an, das mache ich jetzt auch, nämlich mit meinen vier Punkten, die ich gut fand. Von Promi Big Brother. Der erste Punkt ist die Interaktion mit der App, mit der Join-App. Das fand ich ziemlich gut, dass man kostenlos als Zuschauer sich so ein bisschen daran beteiligen konnte. Man konnte Abstimmungen machen, man konnte bei den Spielen mitentscheiden, man konnte, wie gesagt, die Bewohner nominieren. Das fand ich gut, das fand ich interaktiv. Das war für mich was Neues, hat mir sehr gut gefallen. Auch, dass es einen 24-Stunden-Livestream gab. Das ist natürlich für alle Zuschauer gewesen, die mal doch gearbeitet haben oder unterwegs waren, jederzeit reinschalten zu können. Fand ich auch sehr gut, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was auch Promi Big Brother aus meiner Sicht gut gemacht hat, war das ganze Thema Geheimhaltung. Die haben es wirklich geschafft, die Kandidaten lange geheim zu halten. Außer Peter Klein jetzt vielleicht, das war relativ schnell klar, aber andere Kandidaten und auch das mit Iris war quasi relativ lange geheim gehalten. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und den ein oder anderen Gast bei der Stunde danach, den habe ich auch gefeiert. Ich habe mich gefreut, dass Kati Karenbauer als alter Frauenknast-Fan, dass Kati Karenbauer eingeladen war. Das hat mich zum Beispiel gefreut. Da war immer mal wieder jemand dabei, wo ich mich gefreut habe. Das waren die positiven Dinge. Und das war leider nicht viel. Kommen wir zu den Kontrasts. Und das ist reichlich, das ist wirklich reichlich. Noch einmal, das ist meine kleine Meinung, Dennis' kleine Meinung. Ihr dürft gerne alle eine andere Meinung haben. Ihr dürft eure Meinung auch gerne in die Kommentare schreiben. Wichtig, bleibt höflich, bleib freundlich und akzeptiert vor allen Dingen auch die Meinung der anderen, solange sie niemand irgendwie diskreditiert. Also, mein erster Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Mir war es für Promi Big Brother zu viele unbekannte Gesichter. Philo, für mich kein Promi. Dominik Stuckmann, für mich kein Promi. Viele, viele No-Names, wo ich sage, das ist kein Promi für mich gewesen, sondern es waren einfach nur bekannte Bewohner, aber keine Probis. Also, Promi Big Brother ist schon in der Überschrift dem Titel nicht gerecht geworden. Was ich auch nicht so spannend fand, dass dieser Ursprungsgedanke wieder zurückkam, quasi in einem Container mit einem Wohnbereich zu leben. Für mich einer der geilsten Staffeln war die Ein-Jahres-Staffel, wo es drei Bewohner, also drei Bereiche gab. Einmal der Reichen-Bereich, dann der Normalo-Bereich und der Survivor-Bereich und wo quasi die Normalos durch die Glasscheibe in den Reichen-Bereich schauen konnte. Das waren wirklich mit einer der geilsten Promi Big Brother Staffeln. Ich fand nur einen Bereich zu langweilig. Der Essensentzug fand ich barbarisch von Promi Big Brother. Hier Spannung und Emotionen zu erzeugen, indem die Bewohner nur Haferflocken bekommen, war vielleicht ein Tag, zwei Tage unterhaltsam. Danach hat es einfach nur noch genervt. Man hat energielose, ausgehungerte Zombies durch den Container laufen gesehen und das alles für die Einstaltquoten. Ich hätte lieber zufriedene, satte Bewohner gesehen, die Gas geben, die Bock haben, was zu verändern. Aber sie hier nicht bis aufs Letzte zu quälen, hat mir gar nicht gefallen. Genauso auch dieses ganze Klima-Temperatur-Thema. Auch hier haben wir mitbekommen, die Heizungen haben nicht richtig funktioniert. Das Schlafzimmer war nicht richtig belüftet. Man hat immer wieder das Problem gehabt, dass das Thema Sauerstoff irgendwie im Schlafraum denn doch zu knapp war. Wir hatten Momente gehabt, was Patricia gesagt hat, dass es einfach viel zu kalt war im Container. Alles hat nach Rauch gestunken von dieser Tonne da draußen. Also es war alles extrem unangenehm. Da wurde ebenfalls nicht auf das Wohlbefinden der Bewohner geachtet. Für mich hatte die Show sehr wenig Unterhaltungswert, sehr wenig Abwechslung. Es war immer das gleiche Prinzip. Wir haben einen Einkauf gesehen, wir haben ein Spiel gesehen, wir haben gesehen, wie die Bewohner den Einkauf wieder abgeben mussten. Das war halt keine Spannung. Das war dann zweimal vielleicht interessant zu sehen, aber das über zwei Wochen immer wieder zu beobachten, immer wieder zu sehen. Diese Enttäuschung in den Gesichtern, das hat mich einfach nicht abgeholt. Das hat mich nicht unterhalten. Die Moderatoren, ich habe das mal gegliedert in Moderatoren einer Stunde danach und Marlene Lufen und der Schropp. Zu den Moderatoren Lufen und Schropp muss ich euch ganz ehrlich sagen, sie können nichts für die Gespräche, für die Witze, das ist vorgegeben. Aber sie wirkten auf mich beide extrem demotiviert, extrem langweilig. Die Witze in keinem Zusammenhang gebracht. Irgendwie sich nicht so richtig mit dem Game auseinandergesetzt. Die Moderationen, die Übergänge zum Teil mir zu schroff, zu nicht lustig, zu wenig sarkastisch. Es hat mir einfach nicht gefallen, wie die miteinander die Witze vorgetragen haben. Peter Klein die Tränen zu erklären, dass er gerne eine Dreier mit Iris und Yvonne gehabt hätte. Und ach, was da alles für ein Quatsch erzählt wurde. In den gleichen Bereich ziehe ich auch Matze Knob rein, der dann da gestern mit seinen drei Spottdrehen reinkam. Alles komplett überflüssig. Aus meiner persönlichen Sicht noch überflüssiger. Jochen Bende und Jochen Bende, glaube ich, Jürgen Bende, keine Ahnung. Und Melissa in der Stunde danach. Ein wirklich ein durchgeplappertes Etwas. Alle miteinander irgendwie am Reden. Man hat kein Fahren. Die ganze Sendung ist völlig durcheinander. Keiner lässt irgendjemanden aussprechen. Die Witze genauso blöd. Die Interaktionen blöden. Man hat einfach nichts verstanden. Die Moderatoren Melissa und er waren oft von ihrer einen Meinung überzeugt. Haben mich aussprechen lassen. Ach, es gibt so viele Kritikpunkte, wo ich wirklich gesagt habe, diese Moderation war einfach unendlich schlecht. Aus meiner persönlichen Sicht unendlich schlecht. Dann kommen wir zu dem Videoschnitt der Live-Shows. Die waren genauso unterirdisch. Wenn wir heute gesehen haben, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Jürgen rausgewählt wurde, sehen wir am nächsten Tag immer noch Rückblicke mit Jürgen. Und manchmal sahen wir auch nach fünf Tagen des Rauswurfs immer noch Rückblicke mit Jürgen. Und alles drehte sich um irgendwelche Rückblicke, um die Formate vollzukriegen, weil in den Formaten, das ist der nächste Punkt, einfach nichts passiert ist. Die Bewohner sagten selbst, sie frieren, sie haben Hunger und sie haben Langeweile. War einfach in den Tagen, nichts passiert ist. Sie haben eigentlich 22 Stunden aufeinander gehockt und dann kamen die Live-Shows. Dann passierte mal ein bisschen was. Aber es war einfach null Action. Und das war das große Problem, dass das man dann im Videoschnitt erkannt hat. Man erkennt immer die Qualität eines Videos anhand der Schnitte. Desto weniger Schnitte, eigentlich desto besser das Video. Und hier hat man ganz klar gesehen, es waren ständig irgendwelche Rückblenden, immer wieder Schnitte, immer wieder alte Situationen. Wir haben manchmal Situationen dreimal gesehen. Das Coming Out mit Marco, diese Geschichte mit Jürgen und Paulina, diesen Streit, das Gespräch mit Iris und Peter. Das war ja nicht nur einmal Thema, es war immer wieder Thema. Und wenn diese ganze Promi Big Brother Show eine große Überschrift hätte, denn Kreisverkehr der Emotionen. Ganz, ganz langweilig. Hat mir gar nicht gefallen. Genauso wie der Inhalt, der gesamte Inhalt der Show basierte auf dem Rosenkrieg der Kleins. Sie haben keine andere Handlung sich überlegt. Alles war letztendlich 13 Kandidaten, wovon Peter und Iris die Stimmung entschieden hat. Ein ganz, ganz furchtbares Konzept. Ich weiß nicht, wer sich darüber Gedanken gemacht hat. Ich weiß nicht, warum man gerade so ein Showkonzept darauf aufbauen wollte. Vielleicht, weil man dachte, dieser mediale Rosenkrieg ging ja damals sehr viral. Da muss man jetzt nochmal mit aufspringen, muss man nochmal in dieselbe Kelle schlagen. Damit hat sich Promi Big Brother aus meiner Sicht auch kein Gefallen getan, obwohl die Einstellquoten ja etwas anderes sagen. Promi Big Brother selbst sagt, es war die erfolgreichste Staffel seit langem. Kann ich nicht nachvollziehen. Was ich euch sagen kann, die Zuschauerquoten waren immer so bei einer Million in etwa. Ist natürlich ein hoher Marktanteil. Mir persönlich hat es nicht gefallen mit dem Rosenkrieg. Was mich auch genervt hat und jetzt merkt ihr, jetzt kommen wir zu zwei Punkten auf hohem Niveau jammern. Einmal die Musik. Ich fand es so nervig, erstmal A in den 24 Stunden Livestreams immer die gleiche Musik zu hören. Immer ohrenbetäubend laut. Das hat mir überhaupt gar nicht gefallen. Und der andere Punkt, der mir auch gar nicht gefallen hat, war die Musik, wenn sie zur Arena gegangen sind. Es war immer dasselbe Lied. Es war immer wieder das gleiche Thema, welches gespielt wurde. Und man saß halt einfach da. Und man hatte das Problem, wenn man dieses Lied nicht mag, dann war man jedes Mal genervt. Keine Abwechslung. Immer wieder die gleiche Wiederholung. War auch super nervig. Und das Letzte, was ich wirklich extrem, extrem, extrem verurteile, waren die Sendezeiten. Wir haben Sendezeiten gehabt, die waren so spät in der Nacht, dass es für normale Menschen, die arbeiten, so wie ich auch, einfach mal nicht in der Lage war, da irgendwie das sehen zu können. Man musste wirklich sich quälen, aufzubleiben, um denn dann eine Sendung zu sehen, 90 Minuten, mit extrem langen Werbeunterbrechungen und mit vielen Rückblicken zusammengeschnitten. Dass es letztendlich eigentlich immer nur darum ging, irgendwie krampfhaft wach zu bleiben, um am Ende denn dann zu sehen, wer denn dann geht. Und letztendlich, das war für mich wirklich schwierig. Und ich sage es euch ganz ehrlich, hätte ich für euch die Berichterstattung nicht gemacht, hätte ich PromibicBrowser nicht gesehen. Ich habe das wirklich für die Community gemacht. Ich habe das für euch gemacht. Für mich war klar, ich breche das Format nicht ab, auch wenn es mir schwer gefallen ist. Ich breche das Format nicht ab. Ich will das durchziehen. Deswegen bin ich auch stolz auf mich selbst, dass wir hier dieses letzte Video nun erreicht haben. Aber ich mache jetzt drei Kreuze, dass meine Schlafgewohnheiten jetzt auch wieder zurückkehren können. Und das wird für euch genauso problematisch gewesen sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Show beginnt um 23.30 Uhr. Ich glaube, das späteste war 23.50 Uhr. Beginnt die Show. Da wurden andere Programm-Highlights vorgezogen. Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Klar ist es für Sat.1 schwierig gewesen zu sagen, wir machen PromibicBrowser immer um 20.15 Uhr. Immer um zur Prime. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das für Sat.1 schlecht war. Aber so wirklich nicht korrekt. Und es war einfach eine Qual. Für mich persönlich war es eine Qual. Und ich bin so froh, dass es vorbei ist. Mein Gesamtfazit. Jo, PromibicBrowser 2023. Eine Staffel im Zeichen des Rosenkrieges von Peter und Iris. Eine Überraschung mit der Gewinnerin Jelis war ich sehr überrascht. Ansonsten bin ich hier leider nicht überzeugt. Mich hat das gesamte Format nicht abgeholt. Und im Großen und Ganzen, ja, ich werde natürlich auch nächstes Jahr mit euch über PromibicBrowser sprechen. Das gehört halt einfach auch ein bisschen mit dazu, wenn ich bis dahin den Kanal mache. Aber ich gehe davon ganz stark aus. Dass ihr mich so lange sehen wollt. Wenn ihr nicht, dann ist es natürlich schade. Aber wenn ihr mich so lange sehen wollt, dann machen wir nächstes Jahr auch PromibicBrowser. Vielleicht nimmt ja PromibicBrowser auch den ein oder anderen Kritikpunkt aus meinem Video an. Vielleicht haben ja auch andere diesen Kritikpunkte PromibicBrowser genannt. Dass man hier nächstes Mal ein bisschen was verändert. Für mich muss es nicht die härteste Staffel sein. Ja, damit brüstet sich ja PromibicBrowser. Wir waren die härteste Staffel. Muss es gar nicht sein. Es muss nicht die härteste Staffel sein für Einschaltquoten. Erzählt doch einfach mehr Geschichten der Menschen. Versucht doch über Geschichte. Das liegt vielleicht auch an meinem Job als Schriftsteller. Aber schreibt doch mehr Geschichten. Macht doch darauf mehr aufmerksam. Lasst doch den Bewohnern die Möglichkeit, ihre Geschichte zu erzählen. Und man kann diese Geschichte nicht erzählen, wenn man einen Rosenkrieg hat, der im Container tobt, über den man ständig berichtet, oder einen Jürgen- und Paulina-Streit, den man über sieben Folgen thematisiert hat. Wo sind denn dann die Geschichten von Dominik Stuckmann, von Ron? Wo sind die Geschichten von einer, ja, von einer Dilara? Wo sind diese Geschichten gewesen? Ich habe sie nicht gehört. Und das ist leider, leider mein großes Fazit. Eine Staffel, die sich an Drama orientiert hat, aber nicht an den Bewohnern. Das hat mir nicht gefallen, meine Lieben. So, ich verabschiede mich jetzt. Hoffe, dass ihr morgen wieder einschaltet zu unseren Trash-Highlights. Wir schauen natürlich mal rein. Was gibt es eigentlich noch in der Welt der Trash-Sterne? Was ist so alles passiert? Was macht eigentlich unser Schmuselmaus Maurice? Da höre ich ganz viele Frauengeschichten. Was macht unsere Krawalina eigentlich? Was machen unsere ganzen Menschen, die wir sonst immer uns angeschaut haben? Da gucken wir ab morgen wieder rein. Und dann freue ich mich natürlich auch auf das Dschungelcamp ab Januar. Dann wird meine Berichterstattung hier auch natürlich fortgesetzt. Meine Lieben, abonniert gerne den Kanal, wenn ihr zufrieden wart. Ich verabschiede mich jetzt und ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht es gut. Tschüss.